Nicht mehr zu spät, wir sind jetzt. Wo sind wir? Im Arschgrau. Und was ist das für ein Sees jetzt hinten? Das ist, äh, der halb Wiener Sees. Hey, mach schon! Grobelle sagt mir, wenn wir die Fische sind. Die Gäste sind mir auch schön, wenn wir die Gäste sind. Halb Wiener Sees, wenn wir die Gäste sind. Nein, da ist es. Hier ist die Füße von sich. Hä, was ist? Du musst nicht... Wenn du gehen möchtest, bist du nicht blau. Wieso nicht? Dann ist es nicht fest. Aha! Hallo! Das ist jetzt die deutsche Botschaft da. Deutschland. Es hat zu wenig Licht, kannst du nicht vielleicht Licht machen? Das ist ein interessanter Raum, was ist das? Was hat er für einen Verwendungszweck? Das ist ein Urlauch. Kein Verbot. Da. Da. Zigaretten im Hals. Aha, okay. Und das ist... Das ist schlafgemächt. Du darfst jetzt hineingucken. Nein, das ist dann gefeiert bis zum Prägen. Ja, komm, das müssen wir sehen. Kannst du es angucken. Aha! Oh, Lachs-Bobby! Wir haben gestern gefeiert bis zum Prägen. Wir haben gestern gefeiert bis zum Prägen. Ja, das kannst du wissen. Ja, das ist ja die deutsche Kultur in der Schweiz. Du, die Schweizer, das ist... Jetzt wollen wir nie alles ganz halb anbauen. Ja, das ist ja immer. Kannst du ja auch ein bisschen Licht machen? Ich kann die Pizza so schlecht im Bild. Sonst... Machen wir mal Licht. Ich habe eine volle Politnummer. Mensch! Ja! Licht! Ich sehe, es ist die Pizzanüsse. Ja, Abend. Ihr könnt mich euch auch kaufen. Schönen Dank dafür. Nein, du hast den besten... Du hast den dumm sein gesehen. Es muss gestern... Gestern... Ja, wir möchten Sie das rechtfertigen. Es gibt einen Scheißfragorn. Wir sehen jetzt feiere Wohnungen. Ich hoffe, das zu sagen. Das ganze YouTube sieht die echte Wohnungen. Und... Er möchte mal... Durch das... Er möchte mal... So aussehen. Aha! Oder so! Hä? Oder so! Ja, das ist ja nicht schlecht in diesem Fall. Dann hat er ja grosse Zukunft. Ich bin sehr gerne, wie du das YouTube findest. Hä? Das wird auf YouTube kommen. Ich auch eigentlich. Ja. Sagen wir, was haltest du auf YouTube? Party? Hä? Was? Party bei mir. Huren Deutsch an Party gemacht. Oh, den Sid Wischer hat er auch noch auf die Plakate. Schau, den Sid Wischer. Ja, er hat alles. Und der Sid Wischer hat er noch auf die Plakate. Und der Sid Wischer hat er noch auf die Plakate. Aber der Sid Wischer hat er noch auf die Plakate. Ja, das ist ja nicht so. Ich hätte doch noch ein bisschen rumgelaufen. Ja.